Es gibt gar keine andere Möglichkeit, dass wir jetzt gewinnen. Alles andere als eine zu null Sache kann heute nicht passieren. Ich kenne keinen Deutschmann. Aber ich weiß, dass die deutschen Mannschaften sehr schlecht sind. Und ich weiß nichts über Dänemark, außer, dass ihr Legoland habt. Ihr werdet brechen. Arschloch. Jetzt war Spaß beiseite. Wir machen die Färste. Wir sind in jedem Knopf, jedem Knopf. Deine Torpänen bleiben laut. Du sorgst dafür, dass Regis weiß, wer der Bessade-Carry ist. Mach ihn fertig. Abgezeugt! Oh mein Gott! 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 Jetzt geht's los! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR